So Leute, gestern war es soweit. Wir sind tatsächlich durch unsere längerfristigen Unterstützung auf dem Weekly Chart durchgebrochen. Die Frage ist jetzt, was ist passiert, warum sinken wir überhaupt und vor allem, was können wir in der nahen Zukunft für Bitcoin erwarten. Aber nicht nur für Bitcoin, sondern wir werden uns auch noch über die traditionellen Märkte unterhalten. Im Grunde genommen über alles, was ihr wissen müsst, wie die nächsten Level, auf die ihr bei Bitcoin achten solltet. Und damit willkommen zurück, meine Freunde. Mein Name ist David und ich bringe euch jeden Tag Krypto-Videos und zeige euch, wie man hier Geld machen kann. Und ja Leute, wir sind jetzt tatsächlich nach unten durchgebrochen. Ich habe vor 22 Stunden ein Video gemacht. Eine dringende Nachricht, dass wir hier ein massives bärisches Signal gehabt haben. Und dieses riesige bärische Signal war natürlich, dass wir durch die längerfristigen Unterstützung bei Bitcoin brechen. Bevor wir jetzt allerdings darüber sprechen, lasst uns, oder nein, lasst uns doch darüber sprechen. Auf dem Weekly Timeframe, da ist jetzt diese massive, wirklich massive Unterstützung, die wir die ganze Zeit beobachten, mittlerweile nach unten durchgebrochen. Wenn wir dazu mal zum Daily Chart wechseln, da können wir auch sehen, wie genau das Ganze abgelaufen ist. Wir können sehen, wie wir so oft auf diese Unterstützung aufgetroffen sind. Und klar, je öfter wir die treffen, umso schwächer wird sie und irgendwann kann sie nicht mehr halten. Jetzt gerade sind wir darunter. Das ist also schon mal kein gutes Zeichen für Bitcoin. Dadurch, dass wir jetzt hier über den Weekly Chart sprechen, gibt es noch eine weitere wichtige Sache, die ich euch sagen muss. Und zwar, wir müssen auch einen Weekly Close unter dieser Linie sehen, damit sich das Ganze überhaupt bestätigt. Wir haben jetzt also immer noch ein paar Tage in dieser Woche vor uns. Und denkt daran, es kann immer noch ungefähr sowas passieren, wo wir nach unten gehen, dann eine Weile darunter traden. Denn denkt daran, dass wir hier auf 40.000 Dollar gefallen sind. Und dann sind wir aber gegen Ende der Woche wieder nach oben gestiegen und dann über diese Linie gekommen. Wir könnten also ohne weiteres noch weiter nach unten gehen und dann eine Rally bis nach oben über diese Linie haben. Wir müssen das Ganze jetzt allerdings trotzdem, sollten wir es eben nicht schaffen, innerhalb der nächsten paar Tage bis zum Ende der Woche wieder über diese Linie zu kommen. Dann müssen wir das auf jeden Fall als ziemlich bärisches Signal deuten. Wenn wir jetzt dazu auch nochmal zu diesem riesigen Rising Wedge wechseln. Ihr wisst ja, das riesige Rising Wedge, worüber wir uns schon so lange auf diesem Kanal unterhalten, kommt mir vor, als wäre das ein halbes Jahr. Aber auch hier sind wir nach unten durchgebrochen. Auch hier sind wir durchgebrochen. Das selbe gilt jetzt auch auf diesem Chart. Sollten wir sehen, dass wir mit der Kerze, sollte die Kerze so schließen, unterhalb dieses riesigen Unterstützungslevel für Bitcoin, dann ist das absolut kein gutes Zeichen. Das wäre für Bitcoin eine ziemlich bärische Sache. So, dann machen wir mal weiter mit dem Daily Chart. Auch hier können wir sehen, dass die orange schwammende Linie, die hat den Preis von Bitcoin immer noch unterstützt. Und auch das ist ja etwas, worüber ich kürzlich erst gesprochen habe. Das sollten wir nach unten durchbrechen, dann haben wir hier höchstwahrscheinlich erst einmal eine Unterstützung für Bitcoin. Diese orangene Linie, genau das ist dann auch passiert. Diese Linie fällt jetzt hier ziemlich dramatisch ab. Wenn wir also weiter tuckern, dann werden wir Preise unter 40.000 Dollar sehen. Zumindest fürs Erste hält allerdings diese Unterstützung. Das bringt mich dann auch zu meinen weiteren Unterstützungs- und Widerstandsleveln. Denn wir haben ja gesehen, dass wir jetzt durch diese langfristigen Unterstützung nach unten durchgebrochen sind. Und sollten wir tatsächlich so schließen, dann ist natürlich die große Frage, was sollten wir als nächstes machen? Naja, ich persönlich werde jetzt auf jeden Fall eine Strategie anwenden, in der ich diese wirklich riesige Unterstützung aufkaufen werde. Das bedeutet, die erste Unterstützung liegt ja bei 42.200 Dollar. Das könnte rein theoretisch immer noch der Boden für Bitcoin sein. Aber ich meine, selbst wenn wir da durchbrechen sollten, durch die rote Linie, dann werde ich die nächste große Unterstützung kaufen, bei 30.000 Dollar. Ich weiß, das ist ein riesiger Sprung. Wir haben auch dazwischen noch ein bisschen Unterstützung. Aber die Quintessenz ist auf jeden Fall kurzfristig bei den Unterstützungs- und Widerstandsleveln. 42.000 Dollar sollte das nicht halten. Naja, dann 30.000 Dollar. Und ich werde auf jeden Fall diese Unterstützungslevel kaufen, für den Fall, dass wir nach unten sinken. Was wir zu diesem Zeitpunkt, also wir wissen es einfach noch nicht. Wir haben zumindest noch keine Bestätigung von diesem Durchbruch auf den längerfristigen Zeitrahmen gesehen. Aber zugegeben, wir befinden uns zunächst einmal unter diesen Widerständen. Aus diesem Grund ist jetzt auch alles, was ich wirklich in diesem Moment machen kann, diese massiven Unterstützung zu kaufen. Das ist jetzt die allgemeine Strategie, die ich für gewöhnlich anwende, wenn wir eben keine klare Richtung haben auf irgendeinem Zeitrahmen. Ich kaufe einfach die riesigen Unterstützung und Leute, das ist keine finanzielle Beratung. Aber das werde ich bei 42.000 machen und dann haben wir noch ein paar weitere Unterstützungslevel. Aber die massive liegt natürlich dann bei 30.000 Dollar. Ich sage selbstverständlich nicht, dass wir da runterfallen werden. Ich sage nur, dass das der Punkt ist, wo ich richtig viel kaufen werde, sollten wir durch 42.000 Dollar durchfallen. Es besteht allerdings, wie gesagt, immer noch eine gute Chance, dass das hier der Boden sein könnte. Eine wichtige Frage ist jetzt, glaube ich noch an Bitcoin, hat sich irgendetwas fundamental für Bitcoin geändert? Und die Antwort auf die Frage ist, nein, es hat sich nichts geändert. Das bedeutet, ich bin immer noch super zuversichtlich darin, Bitcoin zu kaufen. Sollten wir weiter nach unten trennen. Je niedriger der Bitcoin-Preis, desto höher die möglichen Gewinne, wenn wir wieder nach oben gehen. Ich dollar Cost Average einfach weiter rein und auf lange Sicht wird dann alles gut werden. Meiner Meinung nach, weil Bitcoin, ja, Bitcoin ist einfach ein wirklich massives Asset. Und in der Geschichte wird es einfach nach oben gehen, wie wir bereits in der Vergangenheit gesehen haben. Langfristig gesehen. Deshalb, in der Lage zu sein, zu niedrigen Leveln zu akkumulieren, ist natürlich ziemlich profitabel. Meiner Meinung nach, wie gesagt, keine finanzielle Beratung. So, dann lasst uns mal zu den traditionellen Märkten wechseln. Denn warum sehen wir überhaupt so einen Crash bei Bitcoin? Hier, bei den traditionellen Märkten können wir sehen, dass wir auf den 4-Stunden-Kerzen wirklich einen richtig starken Dampf gehabt haben. Und tatsächlich trennen wir auch weiter nach unten. Wir haben jetzt allerdings eine Unterstützung hier bei den traditionellen Märkten. Das bedeutet, sollten wir es schaffen können, hier eine Art von Unterstützung zu finden, wäre das wahrscheinlich auch gut für Bitcoin. Und ich weiß, es ist schon irgendwie ironisch. Die traditionellen Märkte gehen nach oben und Bitcoin macht überhaupt nichts. Aber wenn die traditionellen Märkte nach unten gehen, dann crasht Bitcoin einfach noch stärker. Ich meine, sollten wir jetzt doch eine tiefere Konjunktur bei den traditionellen Märkten sehen, dann wird das höchstwahrscheinlich wirklich keine gute Nachricht für Bitcoin sein. Aber, wie ich bereits gesagt habe, je niedriger der Bitcoin-Kurs fällt, desto größer ist die Kaufgelegenheit. Und je größer sind natürlich auch die potenziellen Gewinne für die Zukunft. Ich persönlich habe zumindest keine Probleme damit, den Dip als solchen zu kaufen. Ich werde euch allerdings selbstverständlich über die traditionellen Märkte auf dem Laufenden halten. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, möchte ich euch noch an ein Video erinnern, das ich vor zwei Wochen gemacht habe. Eine Review für AAX, eine Exchange. Und die haben jetzt eine Gruppe speziell für die Satoshi Stacker Community eingerichtet. Wenn ihr dieser Gruppe beitretet, dann, also da werden sie Market Trends posten, da werden sie Nachrichten posten, ganz allgemeine Handelsstrategien. Und die verschenken jetzt 1000 Dollar für Leute, die dieser Gruppe beitreten. Im Grunde genommen handelt es sich hier also um ein Giveaway von einem 1000 Dollar Airdrop. Das bedeutet, falls ihr mitmachen möchtet, habe ich euch den Link unten in die Videobeschreibung gepackt. Und damit sind wir dann auch schon am Ende des Videos angelangt. Wie immer freue ich mich tierisch über Feedback in der Kommentarsektion darüber, wenn ihr liked und das Video mit euren Freunden teilt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns dann im nächsten Video.